So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hey, zu dem Low. Das Paulito ist immer noch dabei. Und das Lenny zum Yo auch. Ja, natürlich. Warum ich ihn Paulito nenne, werden sich vielleicht einige fragen. Und warum ich diese Waffe noch nicht benutzt habe. Weil man dafür nur knapp 18 Schuss insgesamt hat mit denen im Lauf. Und die will ich mir einteilen, weil die sehr heftig sind. Okay, was war das? Hinter mir ist irgendwas. Ach, das kannst du ignorieren. Ach, ja. Das vor dem Fall solltest du nicht ignorieren. Ne, tu ich auch nicht. Ich wertschätze es mit Kugeln. Ich will da nicht runter. Irgendwie will ich da nicht runter. Okay, das ist irgendwie obvious, dass das eine Falle ist. Nee. Nee. Aber es kommt. Oh, wie sie gequält werden. Guck mal, die zwei Männchen. Guck mal, das coole ist, ist die Anzeige. Distanz zum Ziel. Lage des Ziels. Das ist echt cool. Das ist richtig geil gemacht. Und die Außerirdischen haben leider verloren. Die Allianz. Die Allianz ist wieder stärker. Die Flat ist immer stärker. Ja, weil sie einfach nur sinnlose Zielsetzen haben. Wenn du mal die Story, die Story endet für mich nach Halo 3, ne? Ja. Danach kommt nur noch Kappes, ne? Reach und ODST. Ja, aber das ist alles Macke. Ähm. Äh, Halo 3 endet zum Beispiel so, dass wirklich geklärt wird, wie das mit der Vlad ist. Na du? What the fuck? Was bist du denn für einer? Immer. Willst du mich rollen? Was sagt denn dein Kollege dazu? Der sagt auch, ja. Shit. Fuck this shit. I don't give a fuck. Dann solltest du dir jetzt eine andere Waffe suchen am besten. Mach einfach so hoch. Bitteschön. Bitteschön, ciao. Bis dann. Buss. So. Oh, moin. Was geht und so. Was geht? Oh, ich hab grad gedacht, jetzt schießt hier irgendeiner, weil sich dein Schild wieder aufgeladen hat. Kann ich euch denn von hier irgendwie? Nein. Ja, du schießt da neben. Hä, ich zieh halt die genau im Fadenkreuz. Was soll das? Das ist irgendwie scheiße. Da liegt da irgendwo noch eine Waffe auf. Nimm mich wenigstens eine Pistole, die funktioniert. Ja. 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 Oder nimm... Wo ist die Pistole? Da. Die Pistole ist nämlich auch langstreckenpräzise. Das Scharfschützengewehr trifft nicht, aber die Pistole klärt. Ah, moin. Naja, klären würde ich es anders nennen, aber... Achso, was ist denn das bitte für dich? Naja, abschließen. Das ist klären. Ich gucke mal auf die Zeit. Da ist noch massig. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, eben. Aber du achtest drauf. Ja, ja, ich achte drauf. Oh, Granat. Achso. Die ist nicht aktiv. Ich brauche keine Granate. Ich hab mich getäuscht. Das war einfach nur so ein Köpfchen. Ah. Das hört sich gemein an. Wie viel ist es... Energiequelle geortet. Dort ist der Gravitationslift. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein. Super. Halten Sie Ihre Position. Halten Sie Ihre Position unterm Lift, ja? Cool. Machen wir das. GG. Ne, ihr macht das erstmal. Ich halte die Position. Ich muss da ernsthaft runter. Ich muss da hoch. Das ist ja... Boah. Ich will da nicht hoch. Ist er aber... Die machen nicht sonst fertig. Ne, ich mach jetzt... Das ist mir die Flatt die Arbeit machen. Ich parke meinen Arsch wieder hier. Lass mich ein bisschen anspringen. Von diesen... Die einfach wenig Schaden machen und da verschwinden? Ja. Suicide. Und die Eliten da oben stören mich, wenn ich ehrlich bin, noch ein bisschen. Boah. Sind da wirklich Eliten? Oh. Dicker Schild. Boah. Fetter Schild, ja. Du brauchst ja jetzt auch. Wenn das wieder so ein Level-For-Level-Mäßig ist. Wow, wow, wow. Also, ich kann auch anders sein, Freund. Da ist noch einer, die entgegengesprungen. Schild würde ich jetzt echt nicht verborgen. Und weiß nicht, ob der sich wieder aufnäht. Er lädt sich nicht auf. Die kommen aus dieser... Die kommen alle aus dem Wasser. Ich will nicht ins Wasser rein, wenn ich ehrlich bin. Ne, das will ich auch nicht. Jetzt. Go, go, Power Lenny. Ba, 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 go, go. Bitch. Huuu. Was? Ja, instakill, instakill. Was war das denn? Das war... The big surprise. Ja. Ich halte mich erstmal raus. Am besten holst du das Schild erst da, wenn du da vergegner fertig gemacht hast. Aber es kommen ja immer mehr Platz. Die Flatt kommt ja aus dem Wasser die ganze Zeit. Ja, die kommt immer wieder. Ich bleib hier, ey. Das ist echt scheiße. Das ist wirklich kacke gemacht. Ich bleib wirklich hier. Du hast ja noch Zeit, das kommt ja immer wieder. Ich glaube, der ist tot. Der ist ins Wasser gefallen. Nein, da kommt er wieder. Nein, das da hinten ist ein Flatt. In dem Moment, wo du im Wasser gelandet bist, bist du tot in diesem Spiel. Ja. Und das Wasser verseucht ist von der Flatt. Da ist nur Flatt drin. Jetzt kannst du da, glaube ich, mit dem fetten Shit hingehen. Wollt ihr mich nicht vorher anspringen? Blub, blub, blub. So, jetzt kannst du es so... Ja, 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 ja. Da haben wir mal nachgeraten in der Ruhephase. Wie die Flatt mir alles geklärt hat, ne? Das ist krass. So, jetzt stehen wir hier. Jetzt kommt die Flatt. Ich bin so ein Gott. Ja. Ein Gott der Intelligenz. Von hier aus dürfen wir in die Steuerzentrale des Schiffs gelangen. Das ist gut. Das hört sich gut an. Ich habe ein gutes Equipment dabei. Auf jeden Fall. Und ich habe noch ein dicker Schild. Vielleicht findest du noch eine bessere Waffe als die... Die Pistole ist sehr gut, die Strollplinte. Das sind beides sehr gute Waffen. Die Pistole ist mir sogar lieber als das Gewehr. Weil die Pistole einen guten Durchschlag hat und eine unglaubliche Präzision. Dann ist unterschätzt, Mann. Am besten nicht ins Feuer. Haben wir aus Schenk gelernt. Das Netz der Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden. Ein Hangar? Nicht ein Hangar. Ein Hangar? Ein Hangar. Ein Hangar. In der Hangar Games, weißt du? Hangar Games, genau. Die Boote von Panem. What? Das war... Unfair. Das war echt unfair. What the fuck? Wo kommt ihr denn her? Fuck. Haben sie so einen Sprengsatz? Ne, die kommen aus dem Boden. Eben. Das Vieh, was in die Ecke kam, das kam aus dem Boden. Das ist fies. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber das kam aus dem Boden. Du hast ja noch einen fetten Schild. Der ziemlich angeschlagen ist. Ah. Ich nehm dann. Alter. So. Hintermisch oder was? Das ist mein... Das ist echt fies. Das ist richtig unfair. Alter. Fuck that shit. Ich will den Raum hier mal langsam geklärt haben. Wir wollten eigentlich auch ein bisschen weiter in der Folge. Na, nee. Wir sind schon recht weit gekommen in der Folge, finde ich. Aber... Ja, ja. Wir sind... Wir sind... Mann, ey. Ich komme auch mehr. Nein, nein, komm durch. Nein. Munition knapp. Zwei Schuss hast du. Nächste Woche ist meine. Ich brauche einfach eine, mit der ich rumballern kann. Und was nicht wichtig ist, ob ich Muni habe oder nicht, weißt du? In den Ecken, sehen Sie. Die Flut sammelt dort Körper. Die Flut. Die Flut. Ah, ich will hier weg, ey. Einfach weg. Würde ich auch sagen. Kann ich den hier machen? Nix. Gut. Oh, shit, ey. Ich will hier weg, ey. Ich will hier einfach nur noch weg. Wo muss ich denn hin? Da, ne? Äh, ich glaube ja auch, so. Wir müssen leider nicht hinbezahlen. Die Termine ist jede Menge. Ich kann einfach weiter. Überall ist jede Menge. Oh, cool. Sackgassen sind immer toll. Besten der Granat-Ming. War der Plan. Sieht gut aus. Scheiße. Sieht gut aus? Ja? Sieht gut aus? Findest du es? Sieht gut aus? Ne, nicht glücklich. Alter. Ihr wollt fighten? Ich mach'n traktischen Rückzug nicht. Das ist besser. Schild, Alter. Kommst du auch nochmal wieder? Ja. Du darfst nicht angegriffen werden. Ach was. Ne, das wär mir gar nicht aufgefallen, Paul. Ja, ich spiel' Ich spiel' Das Spiel viel, viel länger als so. Schön. Jaaa. Um Ecke ist doch was. Sieht so aus, oder? Kann auch auf einer anderen Ebene sein. Schrautgewehr? Ne. Maschinengewehr nehm ich auch immer gerne mit. Kann ich verstehe. Wir sind schon bei 10 Minuten. Wir haben noch Zeit. Das kann man noch schaffen, die Stelle. Fick dich. Die Pflanze ist so... Er hat noch 4 Minuten. 4 Minuten. 14 Minuten. Ich will nicht so knapp am Limit sein. Kann ich verstehen. Komm, springt! Muuuuh. Ich bin lecker. Du nicht. Du auch nicht. Du meine Dinger. Komm her, Kleiner. Fert. So, ähm. Da liegt noch. Ne, der Nadelwerfer, der ist tot bei der Flatt, weil die will ja nicht ran. Das ist richtig kacke. Das ist richtig kacke, der Nadelwerfer in die Mission. Es sieht überhaupt nicht nach einer Falle aus, ne? Ne. Ah. Ach so, nur so ein solches Ding. Aber da sind auch schon wieder Flattgegner. Komm her, Dicker. Komm her, komm her, komm her, Kleiner. Ich mach mal die Tür zu und dann kommst du mal ran. Dann wechsel ich die Waffe. Die Tür auf, dann mach ich so. Na du. Wuhu. Ey, dann hast du eine Granate. Ich weiß. Deswegen hab ich ihn zurückgeschossen in die Menge. Geil. Da, da, da. Na hier. Na du. Na, 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 na. Na, alles gut. Na, 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 na. Die zurückschießen ist unfair. Das wurde nicht zurückgeschossen. Außer in Deutschland. Ja. Um 5.14 Uhr. Wir haben es heute irgendwie, oder? Ja, heute haben wir es irgendwie. Wie diese... Das ist... Kann man hier in den Panzer rein? Wie willst du... Wie willst du... Das biegelt den Panzer. Ne, nicht. Fade. Wie willst du nur in den Panzer rein? Wäre egal, ich würde mich durchpacken. Das habe ich schon mal geschafft in einer Mission. Dann bin ich mit dem Jeep irgendwie durch diesen übelst engen Gang durchgefahren. Hi. Ich glaube, ich glaube, die Folgen haben wir gesehen. Ich habe gehört, Schrot muss nie klären. Okay. Alter. Ohne meine Schrot, ne? Wenn ich jetzt einen Nadelwerfer hätte oder sowas. Ich wäre so dran. Ja. Ich wäre so am Arsch. Aber die Schrot ist echt schon gut. Hier runter? Jetzt da. Das klingt schon so eklig, Mann. Jetzt wieder runter? Hörst du das? Ja, aber ich glaube, da musst du runter. Entweder jetzt den schnellen Weg oder den... Also ich mache da vieles mit, ne? Aber... Nee, komm, wir gehen in den langen Weg. Komm, wir gehen in den langen Weg. Komm hier hoch. Kommt her, Kleine. Ich bin lecker. Ich kläre ganz einfach die Population schon mal ein bisschen. Und dann geht das runter. Moin! Wow, 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 wow. Also, du bist gerade in unerkanntem, unbekanntem Gebiet. Ich weiß. Da kann noch ein bisschen was kommen. Kontrollpunkt. Nimm ich immer gerne. Böse. Hey! Also wir sind gleich beim Captain. Möglich? Oh, Eliten. Ich lass die mal ihren Kampf geben. Am besten... Ich dezimiere immer die Flat, wenn möglich, eigentlich. Außer es ist ein überkrasse Gegner. So, wir sind bei 13 Minuten, weißt du? Weißt du, was das heißt? Das heißt, wir sind zuerst laufen. Das heißt... Das heißt... Party! Party! Wie weggefetzt sind, ey. Die Granate ging mitten rein. Die Granate musste noch sein. Ich will jetzt sagen, das war eine schöne Mission. Das war eine schöne Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls nicht, euch noch ein schönes Restleben. Wie auch immer, blieberblub. Schönen Tag, Moin. Over and out.